ARD Text im Auftrag von Funk Ciao Gregi, ich hoffe es geht dir gut, ich bin froh, kommst du gleich wieder zurück. Ja, der Gregi ist ein sehr gutherziger Mensch. Vielleicht zum Gregi schnell, in der Kabine ist er immer einer von denen, der nur einen Spruch macht. Und immer einer, der es mit dir lustig haben kann und einen Witz über dich macht, oder zwei. Ja, ich muss sagen, mit dir hat man es immer lustig. Und wir spielen viel Ping-Pong oder Dart. Ja, also Gregi, wir spielen ab und zu Ping-Pong gegeneinander. Und dort hat er oben ja auch ein bisschen Mühe. Er ist sicher ein Spieler mit Potenzial nach oben. Ich habe das Sport-Talent zusammen mit dem Gregi gemacht. Und ja, wir sind ab und zu gleich Tennis spielen. Aber ich muss sagen, auf dem Fussballplatz hat er einseitig mehr Talent. Ja, du kannst zwar noch etwas üben, aber kommst du immer besser. Und ja, bleib dran und bis gleich. Ciao, Gregi. Ich hoffe, du bist gut innen mit dir, Reha. Und dass du so schnell wie möglich zurück auf den Platz kommst. Bis gleich. Ciao, ciao. Jetzt im Moment ist er nicht da, aber er kommt schon gleich zurück. Dann können wir weiter üben. Und da freue ich mich sehr drauf. Ciao, Gregi. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020